So, ich habe 122 Siegel oder 23, mir fehlen noch knapp wenige, dann gibt es ein schönes Peck Opening, ne, und ob ihr mir es glaubt oder nicht, ich habe die XMC gestern von einer normalen Kiste gezogen, ich bin so ein Hirnsohn, naja, let's go, jetzt schwitze ich habe extra einen Livestream gestartet für euch, Flutterfotzen, So, direkt zwei Nachrichten und Zuschauer, so, werden was geschrieben, du Flutterpfeife, ich zock, du kannst gerne online kommen und mitzocken, ein bisschen schwitzen, mein Name ist ein bisschen schwul, weil, ja, wie gesagt, mein Name ist ein bisschen schwul, komm, 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 wir müssen schon gewinnen, Ich kann leider deine, deine, deine Nachrichten nicht lesen, nur autoplayt diese Missgesundung. Oh, scheiße, hast du Techniker, bro? Ja, hab ich. Okay, Digi, komm, ich mach Vorräte, komm, 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 ich hab Vorräte, wo bist du? Komm, Alex, komm, hier, 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 Alex, hinter dir, ich hoffe, Raps, ich hoffe, Raps, ich hoffe, Raps, ich hoffe, Raps, verstärktes Geschütz, ja, na, Junge, Digi, ein Digi, ein verstärktes Geschütz wäre besser, bist du dumm, Digi, das hat schon Kills gemacht, Alter. Ich bin zwei Verräter, ich bin zwei Verräter, zwei Verräter, eins vor, ne, zwei vor, Hilfe, hilf mir, ich hau blöd, äh, Blödschlag, äh, Blödschlag, oh, zwei Verräter, komm, ich hab die Wimmerkampffokus, und ich hab am Auto, du, Digi, Bastino, Digi, Alter, wenn du das gesehen hast, ich weiß, sie kann, wenn er das, in Ordnung, so, ich kriege mich nicht auf, Jusuf, geh jetzt, ich bin an, ne, ich hab mich nicht auf, Digi, hab nicht große Fresse, ich fick dein Leben, also, ja, ja, und Scheiß, machst du, Spaß, ich sag, ne, mal, 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 bei, nie, ich bin, mal, ja, du bist, nicht, keine Ahnung, ich zeige gleich, ja, reg mich, schätze ich auf, Junge, meine Fresse, Mami! Ja, ja, ne? Achtung, haut einer unten! Wir haben bis jetzt jedes Spiel gewonnen, außer eins. Wo ich spiele den ganzen Tag schon. Ja, dann muss ich kurz mit spielen, weil ich brauche noch Siegern. Wir haben bis jetzt Glück. Ich bin ein paar Vorräte wieder. Das war voll schon wieder. Scheiß Brunsohn. Fix deine Familie. Hab Vorräte. Könnten wir... Ähm, ich hab Cerberus aus Vorräten. Verbündete Cerberus unterwegs. Ja, ich steuere ihn so oder so selbst. Verbündete Vorräte nähern Sie. Scheiße, Mann. Feindliche Schwebeladung im Operationsgebiet. Verbündeter Blickflag unterwegs. Dort geht's doch gut undvielfalt. Not sonst der Dussel. ich habe vorräte ich wollte mich auch nicht ich habe als vorräten hater habe servos sind zweifelgeist gestorben ich habe noch 30 hilf bekommen das war noch mal eine geile runde in der runde ich bin wieder da mein dad ist reingekommen was weiterleicht bastino,dings psn maskelade leicht ja youtube aber nicht mit handy halt von ps4 mein wlan ging wieder nicht abhängen könnte in der runde bleiben wir drin und muss einfach nur beifelten weil die runde ist eine komplexe sie gefahren im ein alter mittel noch zwei säge man auf sich gemodelt ja auch auf dem hauptaccount 2 akademie das ist zum beispiel team deathmatch aber ich will noch mal ich will den Sieg ist noch ich habe 70 Siege wenn wir den jetzt noch machen ich habe eigentlich eh nur einen Oller Gold und damit ich alle Waffen habe ja wahrscheinlich hat er um 14 Uhr bin ich safe schon neun an den neuen Zuschauer äh ich zock ich guck mal ich zock mit Alex Rachenküller und Toxic sind ganz aktiviergute Spritze muss man alle Charakter aufmachen schnell Flammwerfen um auch irgendwie noch Gold zu machen und also um alle auf Gold zu machen also wieder schauen und rein